Erst das Teil waschen, dann folgt ein sauberer Schnitzerteil Den Brokkoli in seine Röschen, du Bitch Nicht lang schnacken, Zwiebeln fein hacken und den Knoblauch Auch das Gemüse ist fresh, lass die Butter schmelzen Teite Typen tun das durch Erhitzen Boy, du musst die Zwiebeln glasig schwitzen Und mit Maggi-Würze das Ganze verspritzen Und nun haust du den Brokkoli dazu Und dreh ja die Hitze runter, du Ein Schuss Wasser macht die Pampe nasser Und das Grünzeug schmeckt danach noch krasser Und nen Becher Sahne einsplitten Und etwas Tafelsalz reinschütten Letztlich stell den ganzen Shit deiner Lady auf den Tisch Hey Lady, Süße, ich hab Brokkoli gemacht Und danach machen wir Liebe Was meinst du? Mhm Io? Ja 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 Ja